Wir sind hier auf dem Betrieb von Klaus und Gesche Junge in Klaustal bei Breiholz. Die Familie Junge hat einen Milchviehbetrieb mit 140 Kühen und die Tiere haben allerbeste Aussichten auf den Nord-Ostsee-Kanal. Herr Junge, bekommen Ihre Tiere nicht manchmal Fernweh bei dem schönen Ausblick? Ich denke nicht, dass unsere Kühe Fernweh bekommen, denn sie haben hier alles, was eine glückliche Kuh braucht. Sie haben einen großen offenen Stall mit viel Licht und Luft und gutes Futter und sauberem Wasser. Und außerdem haben sie hier das, wo andere Urlaub machen, nämlich einen freien Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal und auf Container und Traumschild. Und dann geht's! Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's! Vielen Dank.